Moin, sen, zu einer neuen Folge von Anatea. So, jetzt mal ganz ernsthaft. Also, ich hab hier noch aufgenommen, wo ich noch teilweise krank war, was so Anfang Januar war, so am dritten, vierten, fünften. Wir haben jetzt den... Oder war es den sechsten, sie? Keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall noch anfangs nicht krank. Und wir haben heute den 25. Schwanzigsten. Sprich, ich nehme die Folge heute auf, für euch, damit sie heute kommt. Ich hatte keine Motivation, seitdem Torum anfängt, jeden Tag zu streamen, bin ich dann fast jeden Tag noch mit dabei. Und ja, könnt ihr auch gerne angucken. Dazu, es gibt eine neue Domain, also sprich einen neuen Link, der zu meinem Kanal führt, zu Froschis, zu Torum sein Twitch-Kanal. Einfach bloß den Namen, also bei Froschi3b, Shikoya oder Torum. Ich glaube, Danny gibt's auch noch. Auf jeden Fall den Namen, dann .teamkroon.club. Klingt zwar dämlich, aber wir sind Team Kroon und, naja, ist eben halt nichts anderes als Zombies Mongo-Clan. Nein, ich will nichts zurücksetzen. Das letzte Mal haben wir ja Undine gemacht und da dachte ich mir so, ey, geil, Undine, ja, fertig und hier sind wir. Und jetzt sind wir, oh, was machen wir denn hier? Okay. Egal, äh, in der Zeit, wie wir jetzt mal noch da hinlaufen, was ich total bekloppt finde, weil wir was anderes benutzen können. Ja, jetzt steht's ja hier. Also, worauf wartest du? Je schneller du fertig bist, desto besser. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ähm, Undertale hat den kleinen Patch gehabt, wodurch der Deutsch-Patch nicht funktioniert hat, wo ich mich dann erst mal rumgesucht habe und dachte mir so, WTF, dann habe ich den Patch auch noch mal probiert draufzuziehen. Dann ist Undertale mal kurz an und wurde ausgegangen. Dann dachte ich mir so, äh, ey, Junge, wir haben's frühs um 1 Uhr, 2 Uhr, keine Ahnung. Ey, wir haben heute noch gestreamt und ich wollte mir noch ein paar Videos mal kurz entspannen danach. Secret Hitler, geiles Spiel. Muss in den Ball. Auf jeden Fall habe ich gedacht, Alter, komm, lass das. Und dann habe ich aber wieder gedacht, nee, das kannst du nicht bringen. Tralala, möchtest du mitfahren? Im Boot mitfahren? Jo. Äh, wohin geht's denn? Äh, ich will zu Hotland. Danke. Los geht's. Auf jeden Fall. Mein Hals ist heute schon ein bisschen wegen Streaming und so weiter. Ähm, auf jeden Fall. Singst du nicht mit mir, Tralala? Nein. Auf jeden Fall. Äh, ist ganz interessant, dass das Spiel jetzt vielleicht zu leise ist oder zu laut. Ich weiß es nicht. Ist es mir jetzt auch gerade sowas von egal? Es geht mir alleine darum, dass ich... Ich komm nochmal wieder vorbei. Tralala. Ja, mach mal wieder. Das, ähm, eben halt, weil der Underpatch ein Patch bekommen... Äh, der Underpatch ein Patch, der das Undertale ein Patch bekommen hat. Also so ein Bugfix eben halt. Und, ähm, ja, dadurch funktioniert eben halt der Underpatcher nicht mehr. Außer natürlich in der alten Version. Und die alte Version musste ich mir jetzt extra draufladen. Dadurch musste ich mich jetzt aber erst mal im Internet informieren, dass es überhaupt einen neuen Patch gab. Wo ich es nicht mal wusste, weil ich nicht wusste, dass das Ding funktionierte. Und ob man das überhaupt noch zurückstellen könnte. Man kann es auch wieder zurückstellen. Dann gibt es die ganze Scheiße jetzt immer noch in Deutsch. Und, äh... Die Tür hat keinen Briefschlitz. Brief da runterschieben. Ja. Du schiebst den Brief unter die Tür und klopfst an. Oh, 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 nein. Ist das ein weiterer Brief? Ich möchte ihn nicht öffnen. Ich kann es so hier nicht zurückschieben. Nein, ich kann so nicht weitermachen. Dieser Brief... Äh, diesen Brief lese ich nicht. Ähm, er ist ziemlich stark zugeklebt, oder nicht? Oder einen Moment. The fuck? Hey, wenn das ein Witz ist, dann... Oh, meine Güte. Ach, hast du dir diesen Brief geschrieben? Er hatte keine Unterschrift, also wusste ich nicht, wer ihn... Oh mein Gott. Oh nein. Das ist sehr charmant. Und ich wusste gar nicht, dass du so schreiben kannst. Das überrascht mich, nach all den blöden Dingen, die ich tat. Eigentlich verdiene ich keine Entschuldigung. Und noch weniger, ähm... Das... Äh, und dann auch noch so leidenschaftlich. Weißt du was? In Ordnung. Ich bin dabei. Das ist dieses Mindeste, was ich so, äh... Wiedergutmachung tun kann. Ja, lass uns starten. Starten... Starten... Date startet? Okay. Ähm, Entschuldigung. Ich muss mich noch anziehen. Wie sehe ich aus? Meine Freundin hat mir geholfen, dieses Outfit zu wählen. Sie hat einen guten Sinn für, ähm... Wie auch immer. Ziehen wir es durch. Date startet. Äh, hey, hey, warte. Wir können das Date doch noch nicht beginnen. Date... Stoppt. Ähm, ich muss dir erst Items geben, um deine Zuneigung zu steigern. Das erhöht die Chance, dass das Date ein Erfolg wird. Richtig? Wie auch immer. Keine Sorge, ich bin vorbereitet. Ich habe mir ein Geschenkvorrat für so ein Date angelegt. Äh, als erstes habe ich ein wenig Metallpolitur. Ähm. Vielleicht kannst du das nicht nutzen. Aber ich habe hier ein wenig wasserdichte Creme für deine Schuppen. Deine, ähm, Schuppen. Ähm, naja. Wie wär's mit diesem Reparaturset für magische Sperre, dass ich, äh... Hey, vergessen wir diese Items. Ähm, beginnen wir einfach mit dem Date. Date startet. Ja, lass uns, ähm, daten. Daten. Äh, sorry, ich war... Ähm... Ja, das dachte ich mir auch gerade. Magst du... Magst du... Anime? Klar. Hey, ich auch. Ähm, lass uns irgendwo hingehen. Aber was wäre ein guter Ort für ein Date? Ich habe es. Gehen wir auf die Müllhalde. Da wären wir. Hier gehen und Düne... Äh, und Düne... Ach so, wird die geschrieben. Okay. Oder habe ich richtig... Keine Ahnung. Wegen letzter Folge. Ich weiß nicht mal, wie die geschrieben wurde. Äh, hier gehen und Düne und ich immer hin. Wir finden hier immer ganz tolle Sachen. Ha, sie ist wirklich, ähm... Oh nein. Da... Das da drüben ist sie. Ich kann mich nicht zeigen lassen. Äh, wenn ich dich date. Warum? Weil, ähm... Naja. Oh nein, da kommt sie. Hey. Du bist... Äh, da bist du. Ich, äh... Dachte, wenn du den Brief auslieferst, ist das vielleicht eine schlechte Idee. Ich warte das erledigen. Gib ihn mir. Hey. Du hast sie nicht. Nja. Hast du sie wenigstens gesehen? Ja. Ja? Sie muss hier irgendwo sein. Danke. Ich wehre mich umsehen. Oh mein Gott. Naja. Es ist offensichtlich, was... Ich, ähm... Mag sie wirklich. Ich meine, mehr als andere Leute. Tut mir leid. Ich dachte mir, weißt du... Es waren viele... Äh, vielleicht... N... Nicht eine Art... Fake Date mit dir zu haben, damit du dich besser fühlst. Wenn ich so herumdrehe, klingt es sogar noch schlimmer. Es tut mir leid. Ich habe es wieder vermasselt. Undine ist die Person, die ich wirklich daten möchte. Aber ich denke, sie spielt in einer höheren Liga. Nicht, dass du nicht cool wärst. Aber Undine, sie ist so selbstsicher und stark und witzig. Und ich bin bloß ein Niemand. Eine Schwindlerin. Ich bin die königliche Forscherin. Aber alles, was ich tat, ist, Leute zu verletzen. Ich habe ihr so viele Lügen erzählt. Sie denkt, ich... Sie denkt, ich wäre viel cooler, als ich wirklich bin. Wenn wir zusammenkommen, wird sie die Wahrheit über mich erfahren. Was soll ich nur machen? Sag dir die Wahrheit, verdammte Scheiße. Ist doch klar. Die Wahrheit! Oh, da geht die Stimme keiner... Ähm... Aber wenn ich ihr das sage, hasst sie mich bestimmt. Ist es andersrum nicht besser? Mit einer Lüge leben, bei der beide glücklich sind. Oder mit einer Wahrheit, bei der niemand glücklich ist. Das heißt immer, sei du selbst. Aber ich mag mich selbst nicht besonders. Ich wäre lieber jemand, der von den Leuten gemocht wird. Nein, du hast recht. Jeden Tag habe ich Angst. Angst davor, was passiert, wenn die Leute die Wahrheit erfahren. Dann sind alle nur wegen mir verletzt. Aber wie kann ich und Diene die Wahrheit erzählen? Ich habe einfach nicht das Selbstvertrauen. Ich war das nur vom Masseln. Wie kann ich das üben? Rollenspielen? Natürlich mit Rollenspielen. Lass uns Rollenspielen. Oder natürlich mit Rollenspielen. Also ich habe eine Auswahl zwischen... Entweder mache ich mit ihr jetzt ein Rollenspiel oder... Ich mache mit ihr ein Rollenspiel. So ungefähr wie... Ja oder Ja. Rollenspiel? Das hört sich sogar ziemlich spaßig an. Okay. Wer von uns spielt Undine? Ich bin Undine. Oh richtig, offensichtlich. Ähm... Ähm... Weißt du, ich... Ich... Ach, vergiss es, Undine. Ich möchte meine Gefühle ausdrücken. Du bist so tapfer. Und stark. Und so nett. Du... Du hörst mir immer zu, wenn ich über Nutzzeugs rede. Du tust immer dein Bestes, um mich wie etwas Besonderes zu behandeln. Zum Beispiel, wenn du sagst, dass meine Stimme komplett gerade abkackt, dass du mich vor jemandem verteidigen würdest. Undine, ich halte das nicht mehr aus. Ich liebe dich einfach über alles. Halt mich, Undine, halt mich. Was hast du gerade gesagt? Undine, ich... Ich habe nur... Hey... Warte eine Sekunde. Deine Kleidung ist echt, sie ist... Was ist da anders? Warte eine Sekunde. Habt ihr beiden... Ein Date? Ähm... Ja... Ich meine... Ähm... Nein! Ich meine, wir haben eins, aber... Wir hatten nur ein romantisches Rollenspiel als Undine. Was? Ich meine... Ich meine... Undine, ich... Ich habe dich angelogen. Was? Über was? Über... Naja... Alles. Ich habe dir gesagt, dass Algenwissen... Aber ich nutze sie nur, um Eiswärmung... Die Gesichtsbücher... Was? Was? Die sind bekloppte Comics und die Geschichtefilme, Das sind nur... Die sind nur... Ähm... Animes. Die sind nicht echt. Und weißt du noch, als ich sagte, ich war... Was? Ich habe eine Frau zu jungen... Alphins... Äh, Alphis... Ich wollte dich nur beeindrucken. Ich wollte nur, dass du denkst, dass ich cool und intelligent wäre. Dabei wäre ich nur ein einsamer Nerd. Alphis... Alphins... Ich denke, du bist auch cool. Aber du musst wissen, das meiste, was du gesagt hast, kümmert mich nicht. Es ist egal, ob du kindisch Cartoons ansiehst oder Bücher liest. Für mich ist das alles nur Nerdiges Zeugs. Was ich an dir mag, ist, dass du Leitschaumpflicht bist. Du bist... Analystisch. Was auch immer los ist, du kümmerst dich darum. Zu 100% mit maximaler Energie. Du musst mich also nicht belügen. Ich möchte nicht, dass du irgendwen... Äh... Irgendwen noch einmal belügen musst. Alphins... Ich möchte dir dabei helfen, mit dir selbst glücklich zu werden. Und ich habe da genau das richtige Training für dich. Und Jena, du... Du willst mich trainieren? Pfff... Wie? Ich? Die Arme... Ah, Papyrus wird das, Oledchen. Haha, bringen wir es... Äh, bringen wir diese Knochen zum Schwitzen. Es ist Zeit, 100 Runden zu joggen und zu pullen. Wie toll wir sind. Bereit? Ich werde gleich zur Stoppo starten. Äh, und Jena. Ich gebe mein Bestus. Oh mein Gott. Die hat nur Witze gemacht. Richtig. Diese Cartoons, diese Comics. Die sind doch echt, oder nicht? Anime ist echt, richtig? Anime ist echt, Anime ist nicht echt. Oh shit. Ah, ich habe kein Test, um alles zu spielen. Schau mich nicht so creepy an. Nein, nein. Ich fühle, wie mein Herz in Einzelteile zerfällt. Nein, ich werde es aushalten. Ich muss stark bleiben. Für Alphins. Danke, Mensch, dass du mir die Wahrheit erzählt hast. Ich gebe mein Bestes, um in dieser Welt wir heute zu leben. Bis später. Damn, boy. Okay. Erstmal speichern. Lange haben wir? 16 Minuten. Okay. Und. 410 Minuten. Jetzt haben wir auf der Seite Fahrrad. Du legst deine Hand auf das röstliche Fahrrad. Von der Hupe kommt ein schwacher Hubsignal. Nee. Ein Riegel Astronautenfutter mitnehmen. Ja. Du erhältst das Astronautenfutter. Das ist eine DVD-Hülle zu einem Anime. Zitternde Spuren von Clown sind an den Ecken. Ja, das... Wing. Hallöchen. Wenn das nicht mein guter Freund ist, der mir vertraut. Hier ist Papyrus, der auch dein Freund ist. Alphins und ich beendeten unser Training früh. Sehr früh. Ha. Also habe ich sie nach Hause geschickt. Ganz nach Hause. Ähm. Jetzt habe ich ohne besonderen Grund das starke Gefühl, dass du dort auch hingehen solltest. Zu ihrem Labor zu Hause. Ich habe nur gute Gefühle dabei. Ciao. Klick. Ja, da will ich ja jetzt auch hin. Also lass mich bitte auch lauf... Laufen. Nicht latschen. Ich glaube, das war hier, ne? Ja, genau. Tralala. Möchtest du mitfahren? Ja. Wohin soll es denn gehen heute? Nach Hotland. Los geht's. Oh, Taki. Timmidorf. Timmidorf. Ja, schön. Der Raum vor den dunklen Datern. Verstehe ich nicht. So. Komm doch mal wieder vorbei. Wir speichern hier im Augenblick des Labors im Nuo. Tati-Tati. So. Hallo. Hallo. Alphys. Ist sehr wenig Platz hinter der Wand. Ja. Das ist eine Notiz von Alphys. Lesen? Ja. Aufgrund der Handschrift ist es kaum zu ziffern, aber du gibst dein Bestes. Hey, ich danke euch für eure Hilfe vorhin, Leute. Eure Unterstützung bedeutet mir wirklich viel, aber egal, wie schwer es mir fällt, das zu sagen. Ihr allein könnt meine Probleme nicht einfach magisch verschwinden lassen. Ich möchte eine bessere Person werden. Ich möchte keine Angst mehr haben und dafür muss ich mich meinen eigenen Fehlern stellen. Ich werde jetzt damit anfangen. Ich möchte etwas klarstellen. Das ist nur mein Problem und von niemandem sonst. Aber wenn ihr nie wieder von mir hören solltet, wenn ihr die Wahrheit erfahren wollt, betretet die Tür nördlich dieser Notiz. Ihr verdient es alle zu erfahren, was ich tat. Das ist alles, was ich schrieb. Okay, machen wir einen Cliffhanger. Komm, machen wir einen Cliffhanger. Dazu würde ich dann mal sagen, wir sehen uns jetzt noch in einer neuen Folge. Die Folge lade ich jetzt hoch. Und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge. Ich werde jetzt, glaube ich, mal noch 1, 2, 3 Folgen offen in der Zeit, wie die Band folgen. Also die Minecraft-Folge, die heute kommt. Und die Minecraft-Folge, die 15 Uhr kam und die Folge, die hier in 16 Uhr kam, kommt. Und dann sehen wir uns dann morgen um eine neue Folge. Ciao und danke fürs Zuschauen.